Ja, heute befassen wir uns mit einem interessanten Fall des Amtsgerichts Frankfurt. Und da hat wohl es jemand geschafft, 1,3 Promille zu erlangen durch den Verzehr von Schnapspralinen. Wir schauen mal. Hi und willkommen zu meinem heutigen neuen Video über das Amtsgericht Frankfurt. Ich bin Alex Boos, der Rechtsanwalt hier aus Mainz. Kalt ist es heute. Kalt ist es, muss ich sagen. Ja, und da habe ich mir gedacht, wir machen uns ein paar warme Gedanken. Jetzt kommt aber eine komische Überleitung. Zum Glück ist es keine Überleitung zum Datenleck, sondern zu einem interessanten Fall des Amtsgerichts in Frankfurt. Ja, und da ging es um die Frage von Pralinen und von Promille und die Polizei war involviert und es ging um Trunkenheit im Verkehr und so weiter. Also kurz zusammengefasst, ging um Trunkenheit im Straßenverkehr und da hat ein Mann eine Geldstrafe gefangen und einen Entzug der Fahrerlaubnis. Das ist ja, Fahrerlaubnisentzug zu unterscheiden von einem sogenannten Fahrverbot. Ja, bei einem Entzug der Fahrerlaubnis bist du komplett ohne. Beim Fahrverbot darfst du halt eine gewisse Zeit nicht fahren. Bei der anderen Geschichte ist aber deine Erlaubnis im Prinzip komplett weg. Das heißt, du musst eine komplett neue Fahrerlaubnis dann erwerben. Ja, soweit die Kurzfassung. MPU ist da immer noch so ein Stichwort und so weiter. 1,32 Promille hat er geschafft, der Herr, um den es hier geht. Und der ist wohl erwischt worden und der Vorwurf war Trunkenheitsfahrt und hat gesagt, ja, das kann ja gar nicht sein. Ich habe ja überhaupt nichts getrunken. Ja, gar nichts. Und seine Argumentation vor dem Amtsgericht in Frankfurt, die fand ich relativ interessant. Also auf die wäre ich tatsächlich nicht gekommen, muss ich sagen. Der hat nämlich gesagt, der war wohl unterwegs, war in der Sauna gewesen und so weiter. Und danach auf der Rückfahrt hat er wohl eine Pause eingelegt und hat sich ein bisschen in seinem Auto hingelegt. Und dann ist er wohl aufgeweckt worden und andere Leute seien wohl vorbeigekommen und haben ihm einen Beutel mit Pralinen gegeben. Und da ging es wohl um relativ große Pralinen. Ja, Tischtennisball groß war da die Rede in seiner Aussage und hat gesagt, naja, ich habe da nicht weiter darüber nachgedacht. Und da dachte ich, ich hatte ja Hunger und so, tut mir leid. Ich hatte ja Hunger und so, dann habe ich das mal so reingespachtelt. Also man stellt sich vor, du bist jetzt irgendwie unterwegs, Sauna oder sonstige Freizeitaktivität. Bist dann müde auf dem Heimweg, vielleicht auch relativ weit, wenn man so fährt. Bei Saunas kann ich das noch irgendwie nachvollziehen. Da gibt es ja teilweise so größere Sauna-Event-Locations, wo Leute dann auch mal eine Stunde gurken oder sowas in so eine Art Sauna-Erlebniswelt. Also du hältst dann irgendwann auf dem Parkplatz, legst dich in dein Auto, penst eine Runde und dann kommen da irgendwie Leute vorbei. Ich glaube, es war wohl ein Pärchen, soll das gewesen sein. Und sagen, hier hast du eine Schachtel oder einen Beutel mit Pralinen. Ja, und dann sagst du, ja cool, hau ich mal rein. Also gut, ich will es aber natürlich nicht abtun. Er hat das so ausgesagt und er hat das dann nach eigenen Angaben eben verzehrt. Dann ist er losgefahren und dann hat er es wohl geschafft, eine rote Ampel zu überfahren. Und deshalb ist er gestoppt worden von einer Polizeistreife. Und die Polizei hat dann wohl gemerkt, naja, ihr riecht ja irgendwie nach Alkohol. Und dann ging das ganze Spiel so seiner Wege. Atemalkoholtest und so weiter. Blutprobe, das übliche Spielchen. Atemalkoholkonzentration wohl bei 1,4 Promille kam da raus. Dann später die Blutprobe 1,32. Das ist schon, ich sag mal, ganz ordentlich. Ja, und dann ist das Ganze eben vor dem Amtsgericht hier in Frankfurt gelandet. Und da ging es natürlich um die Frage, wie glaubhaft ist so eine Aussage. Und wenn man ihm das glaubt, mit den Pralinen ist er dann vielleicht trotzdem verantwortlich, wenn es jetzt wirklich durch Schnapspralinen gekommen sein sollte. Was ich ehrlich gesagt ein bisschen ausschließe. Aber das ist ja nur meine Meinung. Wie ist das dann zu beurteilen? Denn er hätte ja dann, unterstellen wir mal seine Aussage als wahr. Und er hätte das ja gar nicht bewusst getan. Kann man da noch von einem Vorsatz sprechen und so weiter. Das sind so die rechtlichen Fragestellungen. Also es ist gar nicht so uninteressant, der Fall. Gericht wollte dann natürlich wissen, hätte ich auch gefragt, naja, was waren das denn für Pralinen? Wir haben ja denn geschmeckt, haben sie eine Marke gehabt und so weiter. Und er hat gemeint, ja, also hat dann halt erklärt, waren wohl Zartbitterpralinen, Farbe Schwarz. Und er hätte eigentlich nur gemerkt, dass es nach Schokolade schmeckt. Und Alkohol sei ihm wohl nicht aufgefallen. Es war aber leicht so ein bisschen brennend, brennender Geschmack. So hat er sich da ausgedrückt. Er hat auch gesagt, war wohl Flüssigkeit enthalten in den Pralinen, aber er hat sich da nicht weiter was bei gedacht. Acht oder neun hat er nach seiner Erinnerung davon wohl gegessen. Das Gericht hat dann gesagt, naja, machen wir das Spielchen halt mal mit. Und hat dann tatsächlich ein Gutachten eingeholt. Und zu der Frage, kannst du mit solchen Pralinen, der Mann hat seine Pralinen, die er da angeblich hatte, als Tischtennisball groß eingestuft, so relativ große Kügelchen. Und da gab es tatsächlich ein Sachverständiger-Gutachten. Zu der Frage, kannst du dich denn mit solchen Pralinen theoretisch in einen solchen Zustand reinballern? Sag ich jetzt einfach mal, ich finde den Fall so skurril. Ich hoffe, ich tue niemandem Unrecht. Also, ein Sachverständiger musst du anrücken. Das kostet natürlich dann schon mal die ersten Tausend, wenn da ein Gutachten erstattet wird. Und der hat dann einen Vergleich gezwungen, hat das mal recherchiert und wissenschaftlich begutachtet, am Fall von Monchérie Pralinen. Und der hat dann Ausführungen dazu gemacht, wie viele Pralinen von diesem Monchérie am Beispiel müsstest du essen, um zu solchen Promillewerten zu gelangen. Und der Sachverständiger hat dann ausgeführt, naja, wenn du auf einen solchen Promillewert kommen willst, von den 1,32, dann musst du etwa 0,2 bis 0,3 Liter, also hochprozentigen Alkohol zu dir nehmen. Und er hat das dann beziffert auf etwa 132, 133 von diesen Monchérie Pralinen, die du essen musst. Das ist schon ein größerer Beutel. Und ja, das Sachverständigen-Gutachten hat jetzt die Glaubwürdigkeit des Mannes nicht unbedingt untermauert. Das Amtsgericht hat gesagt, nein, sei uns nicht böse, aber das kaufen wir dir irgendwie nicht ab, das stimmt so nicht. Und ist noch einen Schritt weitergegangen, hat gesagt, naja, unterstellen wir mal, er hätte jetzt wirklich vielleicht mehrere von diesen Tennisball-großen Dingern da gefuttert. Die sind, glaube ich, mal davon ausgegangen, vielleicht nicht neun, sondern haben sogar angenommen, okay, dann waren es vielleicht zwölf, ja, hypothetisch. Dann wäre man jetzt rechnerisch zu dem Ergebnis gekommen, dass, ich habe es mal aufgeschrieben, dass jede dieser Pralinen mehr als zwei Zentiliter eines 40-prozentigen Alkohols hier, also eines alkoholischen Getränks hier enthalten müsste. Und bei einer solchen Menge in so einer Praline, die müssen jetzt mal ausrechnen, ob es überhaupt vom Volumen her klappt, das haben die jetzt nicht gemacht, aber die sind halt davon ausgegangen, also bei so einer Konzentration, wenn du dann nicht merkst, dass du da Alkohol zu dir nimmst, dann stimmt schon irgendwas nicht. Ja, deshalb hat das Gericht sich das natürlich ein bisschen einfach gemacht. Die haben dann im Ergebnis gesagt, naja, kann ja sein mit den Pralinen und sowas, aber dass du das nicht gemerkt haben willst, dass du eine solche alkoholische Menge zu dir nimmst, das ist dann wirklich fernab jeder Realität und das gehe ich unterm Strich auch mit. Das Gericht hat dann gar nicht so sehr damit argumentiert, du lügst uns hier an, sondern die sind eher clevererweise, wie ich finde, auf die Schiene gegangen, naja, dann nimm mal deine Version und dann halten wir es aber für absolut fernliegend, dass du das nicht merkst. Ja, und dann hätten wir unseren Vorsatz, den wir natürlich brauchen, natürlich auch wieder entsprechend. Also im Ergebnis, das Gericht gesagt, hier, pass auf, Schutzbehauptung, ja, wie auch immer man es dreht und wendet und hat ihn verurteilt. Vorsätzliche Trunkenheit im Straßenverkehr, das Ganze am 29.08.2024 entschieden und zwar Geldstrafe und Entzug der Fahrerlaubnis. Ja, soweit dieser relativ skurrile Fall hier vor dem Amtsgericht in Frankfurt. Ja, also weshalb ich eigentlich so lachen musste, weil das einfach, also ich meine, ich weiß ja nicht, vielleicht hat er wirklich diese, diese großen Pralinen da gefunden, und hat es dann nicht gemerkt. Ah, ich weiß nicht, ey. Also ich habe schon viele Storys irgendwie vor Gericht gehört, aber das, ja, und 132 Pralinen, Monscherie, sich die Menge mal anhört und man kann mir nicht erzählen. Und Monscherie ist so die Pralinenart, die ich wirklich überhaupt nicht mag, weil ich das überhaupt nicht, also ich mag keine Schnapspralinen, ich finde das ganz furchtbar. Also von daher, ich halte es auch für absolut unglaubwürdig, war ein Sachverständiger involviert, von daher zur Überzeugung des Gerichts hier, hier hat er sich da natürlich strafbar gemacht. Dass er Alkohol im Blut hatte, ist ja unstreitig belegt, ja, durch den Blutalkoholtest und so weiter. Also man stellt sich dann schon die Frage, wie manche Leute irgendwie so drauf kommen. Aber gut, wie gesagt, falls er es wirklich nicht gemerkt hat, dann hätte er es wohl merken müssen. Aber dann wären wir wieder in einem anderen Bereich des Vorsatzes. Was meint ihr dazu? Möglicher Schokopralinen mit Schnaps, Tischtennisballgroß oder 132 Moncheries, schreibt mir gerne in die Kommentare. Und ich beende jetzt das Video, sonst zerreißt es mich, glaube ich. Ach, hier ist schon was Schönes, du hast immer wieder was Neues. Ich möchte auch nicht wissen, was dieser Sachverständige und diese ganzen Kosten da dann noch waren. Ja, wenn wir da noch ein Gutachten einholt sind, das fällt ja dann alles dem Angeklagten zur Last. Naja, Mahlzeit kann man da nur sagen. Also in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, passt auf mit den Schokoladenpralinen, und wenn Alkohol drin ist, dann nicht Autofahren. Ja, vor allem nicht, wenn ihr 130 Stück esst. Oder im Fall dieser Tischtennisgroßen Dinger mit zwei Zentiliter reinem Alkohol drin oder die hochprozentigen Alkohol suchen, dann besonders auffassen. Ja, gut gemeinter Rat. Und wir sehen uns zum nächsten Mal wieder auf diesem Kanal. Bis dann und tschüss. Bis dann. Untertitelung des ZDF, 2020